Und weiter geht's mit Enslaved, Leute. Und Pixi kommt da nicht hoch. Seht ihr? Der Arme Schmand. Komm her. Der redet noch immer von den Haaren von Monkey. Ich glaub, der braucht Styling-Tipps, ja? Na klar. Ups. So, noch ein kurzes Eingesammle und... schon geht's weiter. Was jetzt? Ah, Sprecher pumpt. Alter. Hier wäre die Energiezelle. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Hm. Also soll ich... sie holen, ja? Seht ihr den Gürtel vom Pixi? Oh, eins nach Monkey. Was? Pass auf das Rhino auf. Das Rhino. Rhino? Scheiße. Scheiße, was zum Beispiel ist das? Oh mein Gott. Pixi, warum zur Hölle hast du was gemacht? Räck dich ab! Ich will es nur erschrecken. Ich helf ihm schon. Keine Bange. Wenn ich hier jemals lebend rauskomme, mache ich Schinken aus dir, Pixi. Fuck, was ist jetzt los? Monkey! Schieß auf Dealer! Sie detonieren! Ach, halt die Klappe, du Fettsack! Nein Monkey, im Ernst! Schieß auf die Pumpe, du willst ja weg! Lange, du Fettsack! Aber nur damit du es weißt, damit sind wir noch lange nicht quitsch. Fuck. Mehr hast du nicht drauf? Oh, wo ist jetzt? Schon wieder? Ohne Cloud. Kann ich ja denken. Ah, das war ein wenig zu langs, oder? Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ja, Leute. Ja, Leute. Monkey! Monkey, die Bomben sind nicht stark genug. Wir brauchen was Größeres. Das halte ich doch im Leben nicht aus. Ja, und was heißt das jetzt? Monkey, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Monkey, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Na, was war denn das hier? Cool, ja, wie kämpft er? Schon wieder? Sack! Er klemmt! Schade, das gibt's doch nicht, Leute. So ein Schmarrn, wieso rammt er mich permanent? Maki, die Bomben sind nicht stark genug! Wir brauchen was Größeres! Maki, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Also doch mit... Es hat geklappt! Nochmal! Es ist noch nicht hinüber! Geht nicht! Schon wieder, das... Das ist ja extrem schnell, das Ding! Wo ist das nicht? O.K.L.E. 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 Können wir nicht ausweichen, das haben wir schon gehört! Leute, das wird nix! Wie gibt's denn das? Scheiß langsames Cloud-Test! Maki, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Maki, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Es hat geklappt! Nochmal! Es ist noch nicht hinüber! Geht nicht! An die anderen komme ich nicht ran! Fast! Noch ein Schuss! Das müsste reichen! So, mit Cloud geht es nicht! Dann laufe ich mir noch ohne Cloud! Und? Mit Cloud hat er mich permanent! Das ist ja nicht so klar! Ich helfe dir! Das gibt es doch nicht, Leute! Und schon wieder zu klein! Und jetzt hoch mit dir! Ich schneiß nicht! Ja, ja! Na ja, Leute! War ja klar! Das sieht aber nicht sonderlich stabil aus! Na Gott sei Dank! Ich habe mit Trip geredet! Sie meinten, wir wären bloß Freunde! Ich weiß, was das heißt! Lachnafe hat ihr den Kopf verdreht! Keine Ahnung, wovon du redest! Wenn du ein bisschen Gripp hättest, würdest du kein Mädel anmachen, das gerade seinen Vater verloren hat! Das ist also deine Masch, hä? Die Kulte zum Ausweigen! Ist doch irre! Jawohl, irre schlau! Nein! Nein! So dumm! Der ist gekrünstet! Gekrünstet? Ja, gekrünstet! Nein! Nicht schon wieder! Warte, ich komme! Monkey! Monkey, ich kann nicht mehr! Ich bin direkt hinter dir! Hilfe! Nein, Wasser! Hey, Monkey! Komm schon! Ich will nicht kommen! Ich bin gleich da! Ich kann nicht mehr! Fuck! Nein, nein, nicht! Oh, hilf mir! Nein! 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 Ha! Das gibt es doch nicht, Leute! Das ist doch nicht wahr! Auf geht's! Auf geht's! I'm not! I'm not! Ich kann nicht, es ist zu schnell. Ich kann nicht, es ist zu schnell. Ich denke, dann machen wir gleich einmal eine Pause. Schaut euch das an. Ja, cool. Ein fliegender Bus, Leute. Ich glaube, das war es für diesmal und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Mal, wenn wir die Reise mit diesem Bus fortsetzen. Ciao, Leute.